Hallo ihr Lieben und Willkommen. Wie ihr seht, seht ihr, dass ich im Menü bin. Ich komme irgendwie nicht aus dem Menü raus, aber ich bin noch nicht da, wo wir geendet haben. Ich bin etwas früher, weil ich habe einen Fehler beim Handeln gemacht. Seht ihr, dass es hier zwei Möglichkeiten gibt, Raumkraut zu verkaufen. Und nur eine davon ist richtig, wenn ich beim letzten Mal beide benutze. Also diesmal bitte nur diese. Und nicht auch noch diese. Denn das funktioniert nicht. Ich kann nicht dasselbe zweimal verkaufen, obwohl ich das anscheinen konnte. Naja. Äh, softest Ego. So. Ja, das ist, das ist toll. Mö, aufstehen. Splitt gratulieren dir als erster. Willkommen bei illösischen Kötern. Bevor Splitt vergessen, Köter nicht um Namen scheren. Also, da du hierbleiben, Splitt müssen sich etwas für dich ausdenken. Du kompetenter Schmuggler. Splitt nennt dich Backenhörnchen. Grund, warum Köter neue Mitglieder aufnehmen, ist Reihe von Rückschlägen in letzter Zeit. Köter, Crew und Vermögen an Teladi Finanzministerium verloren. Noch an Hilfe, um wieder auf Beine zu kommen. Du zurückkehren zu unserer Basis. Splitt und Axiom haben Aufgaben für dich. Du treffen noch letztes Mitglied von illösischen Kötern. Okay, ich komme bald. Aber ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Diese automatische Nachricht wird ausschließlich in der Nähe von Ketzer's Untergang gesendet. Die Zeichen deuten darauf hin, dass wir in Kürzel Zeuge der außerordentlich seltenen Reaktivierung eines Sprungtors werden. Das Bündnis der Worte hat eine Expedition zusammengestellt, um dieses seltene Ereignis zu untersuchen. Eine Reaktivierung, die wissenschaftlich untersucht werden kann, ist eine äußerst seltene Gelegenheit. Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Danke, das hat man schon gehört und ich habe ja gesagt, ich möchte dabei sein. Aber ich habe noch ein paar Verpflichtungen. Ist das ein Splittschiff? Das ist ein Splittschiff. Interessant. Worum es mir jetzt geht, ich habe 50.000 Credits bekommen. Jetzt kann ich auch normal wieder raus, dass man nur wieder als Teil der Mission war. Ich habe ja die 50.000 bekommen. Kann ich vielleicht hier was brauchen? Ja, zeig mir mal dein Angebot. Kann ich helfen? Interessant. Bitte sehr. Interessant. Wir haben Handlaser. Raumanzug, Scanner und Reparaturleser. Bampenwerfer wäre gar nicht schlecht, aber den kann man so nicht leisten. Und verbesserte Raumschubdüsen, das wäre doch was. Ich habe mich letztes Mal mit zwei Metern pro Sekunde vor mich hingeschlichen oder sowas. Aber dann ist mein ganzes Geld weg. Das lasse ich auch mal noch. Aber vielen Dank. Auf Wiedersehen. Büro des Managers. Ah, das ist gleich hier. Das, äh, das diplomatische Zentrum. Danke, dann bleiben wir wieder dahin, wo wir sind. Das ist sowieso in der Nähe von meinem Flieger. Was ich will, ist, ich will, den kann ich mir aber nicht leisten. Nee. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich habe auf automatisch Speichern eingestellt. Was immer wieder dafür sagt, dass in ungünstigsten Situationen plötzlich mein Fluss unterbrochen wird, weil er speichert. Ich werde jetzt versuchen, so weit wie möglich rauszuschneiden, aber es ist nicht immer sehr gut rauszuschneiden. Ich nehme dich. Ja, ich habe ja nur den Außenseiter. Es wird mir eine Freude sein, mit Ihnen zu arbeiten. Und jetzt noch Pilot oder Pilotin. Du siehst so schön stylisch aus. Du bist ein teurer Marinesoldat. Du kannst ein bisschen pilotieren. Ich nehme dich mal. Hallo. Vielen Dank, dass Sie mich einsteigen. Wo ist denn unser Schiffchen? Unser Schiffchen ist nicht hier. Ist unser Schiffchen da drüben? Was ist das von hier nicht? Ja, unser Schiff ist auch nicht da. Warum hat er mir das dann so angezeigt? Ich merke ihn jetzt auch in die Richtung los. So, alle da? Ne. Jetzt muss ich warten, bis er ankommt. So nimmt er keinen Aufzug. Da kommt er. Ne, da kommt sie. Also nicht unsere Proto. Warte mal. Warte mal. Hallo, Pilot, wo bist du? Ah, ich glaube, da kommt er. Hm, ich hoffe, du fliegst schneller, als du läufst. Hier ist dein neuer Arbeitsplatz. Und, was sagst du dazu? Das ist ein bisschen, man muss sich dran gewöhnen, aber dann gefällt es ein. Außerdem ist schön sauber. Sagt gar nichts. Oh Gott, worauf habe ich mich hier eingelassen? So, jetzt, da du da bist und das Kommando übernommen hast, nehme ich es dir gleich wieder weg. Ich will nämlich, bevor ich zu den anderen zurückkehre, einmal um die Autobahn rumfliegen. Einmal den kompletten, es ist eine Ringautobahn. Ich meine, es ist bekannt. Bevor ich meine Karte verloren habe, kannte ich die Gegend ja schon ein bisschen. Und somit möchte ich jetzt, um es neu zu kartografieren, einmal komplett die Ringautobahn nehmen. Und während das dann zeichnet... Hey, ihr da hinten könnt ihr mal ein paar Stifte bereithalten und die Karte mitzeichnen? Nein, danke. Erreiche System. Wie soll ich denn raufschauen, weil ich keine Karte... Muss ich euch alles erklären? Nein. Erreiche System. Weiter Kontakt. Erreiche System. Reiner Blick. Das sagt mir, äh, die automatische Wegfindung sagt mir, dass ich den Highway jetzt verlassen soll. Das wird es mir aber gleich nicht mehr sagen, weil wir gleich über die Hälfte rum sind. Über die Hälfte des Autobahnkreises. Und dann ist der kürzeste Weg... Ich meine, ich gehe nach vorne. Gesegnete Vision. Ah, aber ich glaube, er wird es trotzdem weiter so anzeigen, weil... Ist das die Autobahn nicht immer so schwer ist? Nein. Er weiß es ja nicht. Erreiche System. Anspruch des Pontifex. Erreiche System. Frommer Nebel. Es sah gerade aus, als ob da ein Kampf stattfindet. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Klingt auch religiös. Wollen sie also auch Paranid sein? Das ist dann sicher bald wieder ein Teladi-Gebiet. Erreiche System. Dreieinigkeit. Proficienter Alphas. Das ist definitiv Teladi-Gebiet. Wenn sie es arg gibt. Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Was? Wie es allerdings mit dem Finanzamt aussieht. Hm. Erreiche System. Ah. Stiller Zeuge. Moment. Ah, Karte. Mal raus. Ich habe es geschafft. Wir sind einmal durch. Und das heißt, jetzt müssen wir zu diesem Sprung-Tor. Was wiederum heißt... Ich kann jetzt aufstehen. und unseren Piloten endlich mal seinen Job machen lassen. Ah, danke. Hallo. Danke, die Karte mitschreiben muss. Das hast du euch gut gemacht. Jetzt stelle ich dir den neuen Team vor. Sobald ich herausgefunden habe... Nicht angebodene Missionen, diese Mission, diese Mission ist aktiv. Ich schieße. Nee. Ich bin verwirrt. Wo muss ich hin? Briefing. Sprich mit Maestro, ja. Das heißt, ich soll zurückkommen. Aber wo ist zurück? Auf Center Iver kann es nicht sein, aber warum haben wir ja gerade erst? Quarren King. Also Quarren King. Und Kita Pool Guard. Das ist jetzt auch nicht. Irgendjemand. Irgendjemand. Ach Gott. Ich glaube, ich habe mich selber veralbert. Ja. Ich glaube, ich habe mich selber veralbert. Und da kommen wir hier raus. In profitabler Handel. Aber wir werden doch nicht in profitabler Handel. Schwarze Sonne. Zweiter Tag. Und 18 Milliarden. 18 Milliarden ist hier. Das kann also nur Windfall oder das sein. Und ich bin ziemlich sicher. Wir müssen nach Wind fallen. Das heißt, ich trage jetzt den Piloten. Hier wollen wir hin. Okay, er nimmt nicht den Umweg, den wir gerne gegangen sind. Das geht offensichtlich besser. Ja, ich bin jetzt mal mal gespannt. Ne. Auch auf dem Highway. Ach, das ist mir schon öfter aufgefallen. Wenn die, die Piloten haben neuerdings, Zauberkräfte und können das Schiff durch andere Sachen hindurch phasen lassen. Was mir ja nicht gegönnt ist, weil ihr habt euch... Da war dieser Autosafe, als wir auf... Ne, das war kein Autosafe, das war ein Mandela-Safe von mir. Als wir auf das Eier-Tor zugeflogen sind, wo ein Komet dann kurz danach direkt im Weg war. Und da ich jetzt geladen habe und nicht nur am Rechner war, bin ich voll drauf geknallt. Also, wie gesagt, ich muss die Konsequenzen tragen. Die Konsequenzen sind allerdings gering. Also, wenn ich mal Schaden am Schiff... Nogger an, an arkadische Bestrebungen, wo die elysischen Köter sind. Erreiche System. Windfall. Ich brauche es beckiges Hörnchen. Ähm, so ähnlich. Bin dann dort, äh, mit dem Flinderpflicht. Hast du es nicht, wenn du dein Schiff in den Nacken atmet? Die Fenster sind seltsam. Nein, hier ist alles ein bisschen seltsam. Ähm... Warte mal. Was denn jetzt? Jetzt wollen wir plötzlich... durch diese Sprungtour? Ah, das Spiel gönnt mir auch gar nichts. So kommen wir nicht weiter. Ähm... Nein. Dein Auftrag ist erfüllt. Dann lass mich wieder ran. Guten Tag. Guten Tag Gutes kann ich noch nicht sagen. Ähm... Also das Zeug definitiv nicht auf das Sprungtour. Da ist nur ganz in der Nähe von dem Sprungtour. Ah... Dich... Also das Zeug definitiv nicht auf das Sprungtour. Da ist nur ganz in der Nähe von dem Sprungtour. ... ... ... ... 14 Kilometer, ok, jetzt probiere ich es trotzdem nochmal, das heißt, ich werde aufstehen, was an unseren Piloten dran, und sage ich mir, er soll hier andocken warten. Ich hoffe, ich brauchte die 50.000 nicht komplett für den nächsten Auftrag, das wäre jetzt peinlich. Also wurde mir eigentlich versprochen, ich darf die 50.000 Ballen. Ich kenne das nun schon, ich habe auf der Aufträge erledigt, wo man erstmal in die Vorlastung gehen muss. So, ist er schon da? Ich sehe keinen Schiff. Ah ja, wir fliegen. Da ist Klumpen, da ist perfekt positioniert. So schön. Chaos und Unsicherheit. Was ist das? Fliegen zur Medikamentenfabrik, Zerstörerstationsverkehr. Zerstörer-Arg, beliebiges Schiff. Ich glaube, deine Unerfahrenheit bremst dich zu sehr aus. Ich möchte dann doch bitte schneller ankommen. Wieso sind wir jetzt weiter weg? Du hattest noch den alten Auftrag drin, oder? Nee. Ach, gutes Personal ist so schwer zu finden. Undockerlaubnis erteilt. Erteilt ist zum Schiff, macht nichts. Wir gehen alle rum. Na, Alter. Erfolgreich angedaukt. Wie heißt denn Personal eigentlich? Na gut, ich habe nur 8000 für Personal ausgegeben. Da muss ich mich nicht wundern, wenn die Leute nicht so prall sind. Hier, Station Untergeordnete. Informationen. Personen. Ähm. 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 Befehle, ein Gerät, drei, nein. Hier sind die Namen. Die Marine-Soldatin. Die Marine-Soldatin. Ähm. Riano. Warte mal. Servicemannschaft. Gefreite. Gefreite Riano. Und... Nee. Recruit Riano. Und Gefreiter Sato. Ist der Pilot. ... Servicemannschaft. Ich hab drei Leute auf dem Schiff. Drei Crew. Nur zwei habe ich eingestellt. Da muss schon einer der Runde gewesen sein. Wahrscheinlich, da ich einen Piloten- und Mariensoldaten eingestellt habe, ist Cancel. Das Service Mitarbeiter. Ich kenn mich hier von meinem Schiff noch nicht aus. Das ist ein Unterton. Da du sein ja, Backenhörnchen. Split seinen erleichtert, dass Fähigkeiten, kriminelle Talente der Kreatur einzuschätzen, Split nicht verraten haben. Wie Split schon sagten, wachsen die lysische Köter noch sehr. Crew früher mit vielen Schwarzmarkthändlern in polizeikontrollierten Systemen verbunden. Aber Finanzministerium haben vor allem intern und externe Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Du helfen uns, neue zwielichtige Verbindungen herzustellen. Müssen bestimmten illegalen Gegenstand auf Schwarzmarkt kaufen. Aber keiner von derzeitigen Partnern haben ihn. Split markieren Stationen mit höchster Chance für kriminelle Elemente dort. Kreaturen nicht nervös sein. Split führen dich durchs Prozess. Los, los! Ladiosiliziumorphina. Wolltest du mir nicht jemand vorstellen? Das ist ja noch ein höherer Titel. Generator. Nice. Entschuldigung. Engine 4.1.8 Guten Tag, daher. Kann man hier was tun? Nee. Kann man hier was tun? Nee. Jetzt. Moment, der Objektname. Mein Gott, könnt ihr nicht klarer schreiben da unten? ErrorInfo.ErrorString, das erkenne ich ja. Aber die Zeile, die ich lesen will, nämlich der Objektname, oder die Objektbezeichnung, die kann ich nicht lesen. Naja, ich lenke ab. Wenn ich die Gelegenheit mit dem Stromtor verpasse, weil ihr mich zu sehr durch die Gegend schickt, werde ich sauer. Ach. So. Ähm. Guten Tag, mein Herr. Wir sollen in diesen Bereich Sehr schön. So. Was hier? Mal was anderes probieren. Ja, das ist doch... Genau, jetzt kann ich mir das Schiff endlich mal anständig angucken. Oh. Das ist vor allem diese Waffe, die... Das lässt sich nicht leugnen. Es sind mindestens zwei verschiedene Schiffen zusammengebaut. Wahrscheinlich eher drei. Das funktioniert. So, und was ich schon gesagt hatte... Ich denke, ich muss nachher dieses... Asteroiden fällt am besten selbst steuern. Die Gluten werden davon einfach zu sehr abgelenkt. Du kommst noch zu deinem... So, Momentum müssen wir hin. Zu dem Tor. Direkte Sicht darauf. Wir können also hier direkt... Einmal durchfezen. Der Joystick hat einen viel zu hohen... äh... Totenwinkel. Kann ich das einstellen? Einstellungen... Steuerung... Toystick dazu... 25%! Ja, da muss man sich nicht wundern. Moment. Gamepad-Modus. Ah, okay. Das ist, äh... Wenn man gut das benutzt... Adaptive Steuerung... ... bedeutet... ... ... muss ein Fenster wenden... Adaptive Steuerung... Und da auch nochmal? Jetzt sind zweimal verschiedene... Ah, das ist mit der Maus. Jetzt verstehe ich. Was ist die Sensibilität hier? 50... Gut. Der Modus ist jetzt nicht so gut einzuschätzen... ... aber schon viel besser. Was ist das eigentlich für eine Station? Eine Verteidigungsstation des Vigo-Syndikats. Interessant. Wie sieht's eigentlich mit unserem diplomatischen... ...äh... ...äh... ...dings aus? Also wir sind nicht auf besten Fuß mit der Vigo-Syndigkeit. Wir sind überhaupt nichts auf sehr guten Fuß mit irgendwem. Das Beste ist mit Null. Es ist immer ein Wunder, dass wir überhaupt irgendwo landen können. Also die Korsaren... ... das Patriarchat... ... und die Tyraner... ... äh... ... sind sogar ein bisschen verfeindet mit uns. Was nicht gerade so wenig ist. Nachrichten. Ja, ich will ja, aber ich darf ja nicht. Erreiche System 18 Milliarden. Okay, dann kann ich... Ach, für die paar Meter lohnt sich das jetzt auch nicht mehr. Ja... Mein... ... meine Hüfterform... ... äh... ... von dem Grafiker... ... ist unglaublich laut. Ich möchte mal überlegen, ob ich dir irgendwas machen kann. Ich habe eher das Gefühl, dass er es verschlimmert. Ja... So... Nähern uns jetzt Station. Erster Kontakt mit Schwarzmarkthändlern erfolgen über Signal-Lex. Split haben einen gefunden. Split haben es für dich markiert. Du fliegen mit eingeschaltetem Scan-Modus nah heran, um Signal abzufallen. Ja, ja, ich weiß. Ja, wenn ich schon da bin. Kannst du mich wenigstens einblenden, was das ist? Bekannter Krimineller identifiziert. Das ist ein großes Risiko ein. Wenn Sie die Übertragung empfangen, verraten Sie es niemandem. Wenn Sie die Übertragung empfangen, verraten Sie es niemandem. Ich habe etwas Sinn, Sie an einem Auftrag interessiert. Für den Aufbau von Beziehung des Schwarzmarkthändlern in einer Station ist die Kreatur, da Kontaktpasse von manchmal bestimmte illegalen Waren liefen. In diesem Fall verlangt der Kunde instabile Kristalle. Neben dem Produkt beim Abbau von Asteriden sind allerdings fast überall illegal. Die Kreatur soll sich also von der Polizei fernhalten. Liefere drei instabiler Kristallen. Ich wusste, dass ich auf Sie sehen kann. Mission unterbrochen. Neue Mission aktiviert. Wir haben zwei. Aktiviert. Du müssen instabile Kristalle abliefern. Können Kristalle zum Herstellen von Raumanzugbomben verwenden. Darum handelt sein verboten. Aber Kristalle seien ziemlich häufiges Naturereignis. Können Kristalle von Asteroiden ernten. Entweder du abbauen Asteroiden oder suchen in Regionen mit konzentrierter Bergbauaktivität abgebrochene Kristalle. Neue. Wie gesagt, zwei haben wir schon. Einen brauchen wir noch. Wo führt das Tor da oben hin? Haben wir noch nicht ausprobiert. Okay. Ich habe etwas Luft. Hier geht es noch auf. Ich mache es mit unseren Zonen. Ich habe es mit unseren Zonen. da ist verkehr so sollte es die möglichkeit geben das teile zu finden weil sehr schönes dichtes feld hier ok weiterkopf Beziehungsweise richtiger Klammer. Aber mit dem falschen Knopf dazu, bitte. Könntest du mal aufhören? Hallo. Okay, besser. So, jetzt muss ich aber erst mal wieder aufhören. Wo unser Kristall ist. Ja. Ja. Jetzt habe ich noch einen. Gut, du haben jetzt genug Kristalle. Jetzt zurückkehren zur Schwarzmarkt. Gemach, gemach. Oh ja, ja. Entschuldigung, dann hol ich mir alle. So, das sind alle. Okay. Okay. Okay, der war jetzt echt spannend, aber... Ähm... Erfolgreich angedockt. Willkommen. 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 ... 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